Hallo, du und du und du auch. Herzlich willkommen bei dunklen Dinkelkunden. Heute ich bin beim Mond. Okay, ich bin ganz leise. Sieht voll schön aus mit dem Mond. Ja, ein bisschen. Das muss ich festhalten, diese romantische. Jetzt kommt Omi, ja? Ja, vielleicht auch romantisch beim Ageln und so. Wie sie dich anguckt. Ganz romantisch. Voll süß. Wie sie dich angeguckt hat. Das Angeln ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das ist irgendwie... Ha, ich sehe dich. Ich sehe dich schwimmen. Äh, genau, läuft bei mir. Und plumm! Komm, Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi-Fischi. Komm, komm her. Oh, sie wird nicht wegschwimmen. Nein! Ah nein! Ich habe einen Fisch gefangen. Cool, wach? Du noch nicht? Hallo, Fische. Wo seid ihr? Dunkel, sieht man euch so schlecht. Findest du da? Ja, ich zumindest. Achso, okay, stimmt. Ja, ja. Äh. Gut, man kann also auch auf dem Sand angeln. Läuft bei mir. Na, nicht so ganz geschnallt, wann ich jetzt... Ähm, wenn der Fisch ankommt, ja? Mhm. Er spielt da vielleicht ein bisschen und wenn das Wasser um dieses Ballding ganz dolle plubbelt, dann kannst du ihn sozusagen einfangen. Schwer zu beschreiben, ich weiß. Alles gut. Sozusagen. Die Nachtfische wollen nicht so wirklich beißen. Bist du ein Fisch oder bist du eine Qualle? Bist du ein Fisch? Ja? Plupp. Hab dich! Komm. Komm. Komm her. Ja, komm schon. Abgerissen. Fisch ist verschwunden. Ich kenn das Gefühl. Ich kenn das Gefühl. Oh, Entschuldigung, kleiner Fisch. Ich bin noch nicht gut genug für das Angeln. Meinst du? Laun. Also, wenn sie so komisch ziehen an der Angel, ja? Ja, das macht dann einmal Blub und dann... Ja, dann kannst du sie fangen. Also, dann hängen sie dran. Wenn das so eine eher so dolle Blub macht. Ja, weg. Das ist schwer zu beschreiben. Ja, ja, dann war ich da drin, aber irgendwie... Oh. Oh, Herr Museumsmann ist gerade draußen. Ist ja unglaublich. Teilt auch mal frei. Sieht so aus. Oh, unser kleines Küken muss draußen schlafen. Oh Gott, oh Gott. Was muss ich denn machen? Dann drücke ich da drauf und dann ist das Ding plötzlich weg. Ich bin noch zu doof. Ich bin noch zu... Ich glaube, ich zeig dir das nachher mal im Off. Meinst du? Ja. Oder sind die Fische zu gut für die Angeln? Weiß ich nicht. Kommt auch den Fisch an. Sofort weg. Also. Wann ist das Fisch weg? Na, ist egal. Ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft? Na, dann gehen wir ins Bett. Ist auch schon spät. In den Küken. In den Küken, genau. Ja, auch, aber... Ja, hier ist noch nicht so spät, also... Ja, trotzdem. Und wir angeln ja auch noch nicht. Also. Aus ihm hast du frei. Ja. Sleep bis morgen. Wir schlafen bis zum Morgen. Ich hab schon Level 3 in Angeln. Ich hab noch... Nicht. Hast noch nicht? Ich hab noch nicht. Du hast noch nicht. Ich hab noch kein Level in Angeln. Ich hab für die ganzen Versuche, die ich gerade gemacht hab, nicht ein bisschen Anglerfahrung bekommen. Das ist ja doof. I'm not amused. Ach, siehst, ich wollte... Ich wollte dir doch Dinger machen. Ähm. Alles. Ja. Ich... Ich brauche... Ich brauche... Ich muss da mal ran. Was brauchst du denn? Ich brauche Bretter, glaub ich. Und Nägel. Wegen... Wegen Kisten, ne? Ich mit dir... Sinn... Ich hab ja hier Sinn gemacht, aber ich krieg's nicht. in die Kiste rein. Also, die wir machen musst. Oh, Zubi. Nimm ich... Nimm ich gleich mit. Guck mal, ich seh aus, als geh ich zur Arbeit. Mhm. Mit meiner Fischer-Angeln. Meine Fischer-Angeln. So, ich soll... Fische-Angeln. So, vor... Vor gehe ich die Fische abliefern, weil... Ich fange drei Fische, äh... So, sechs... Acht Muscheln sammeln und... Ich soll was essen. Du sollst was essen? Ich soll was essen. Ich soll mit Leuten reden. Er freut sich echt jedes Mal über Tierchen, wa? Das geht voll ab. Voll süß. Mit schwarz und weiß Schnapper. Das ist... Wäre irgendwie cool, wenn man so ein Zoo eröffnen könnte hier. Na, das ist doch hier das Aquarium. Das Aquarium. Aber noch zum Streichelzoo. Aber was wird dann deine Tiere... Ach, da hab ich denn meine Tiere. Ja. Zum Streicheln. Zum Streicheln. Schon zwei Fische, wo sind sie denn? Awww. Hast du den Hummer reingesetzt? Ein Hummer? Ist ein Hummer drinne. Nee. Nee? Hätte ja sein können. Hä? Sieht ja cool aus mit dem Hummer. Ach ja, ich... Wieso kann ich das nicht ernten? Was denn? Kann ich das nicht ernten? Was kannst du denn nicht ernten? Das sind Strauchen. Das kann ich ernten. Komisch. Hm. Also für gewisse Dinge brauchst du, glaube ich, auch eine Sense, wenn ich mich nicht irre. Nö, es sind ja hier nur dieses gelbe... Yellow Vatel-Dings da. Achso, ja, dann stehst du vielleicht noch nicht nah genug dran. Wo das eine hier will auch nicht. Doch jetzt. Ich war nicht nah genug dran. Kann ich das, wenn ich sowas esse, oder muss ich... Warte. Hm. Und dir reicht, finde ich sowas essen. Ob wir auch reich werden, wenn wir Äpfel verkaufen? Stimmt. Ob wir reich werden wollen, weiß ich nicht, aber es bringt Geld. Es bringt Geld. Achso, siehst du, vorher noch deine... deine Dings machen. Wie viele Kisten brauchst du denn? 18. 18? Nein. Ich fang nur. Keine Ahnung, ich brauch Kisten. Ich brauchst Kisten. Reichen fünf erst mal, oder... Kriegen wir die im Haus unter? Hm, stellst du draußen hin. Jo. Kannst du doch auch draußen hinstellen. Ach man, ich will mein Inventar ausklären und ähm... John hat heute geschlossen. Was? Es ist heute Sonntag. Was? Manu, er steht hier draußen und guckt das Meer sich an. Also ich hab mein Inventar vollgemüllt mit Muscheln? Ich. Als meine Quest ist, äh, und jetzt, äh, ja. Jetzt hat er heute zu, das ist doch... So. Jetzt hat er heute geschlossen, das ist doch... So. Ich bring dir erst mal deine Kisten. Ich bin voll, ich kann nichts mehr machen. Hm? Ich bin voll, ich kann nichts mehr machen. Es kommt Abhilfe, mein Schatz, es kommt Abhilfe. Wir sind Äpfel. Ja, siehst du, wächst doch was. Wiß gar nicht, was du hast. Ein Platz im Inventar. Guck mal, Schatzi. Reichen die erst mal? Ich meine, hier hab ich noch zwei. Ja, na klar. So, boah. Schön, oder? Schön, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll, ich bin voll. So, ich soll mit jemandem sprechen. Und ich soll Pflanzen gießen. Ich hab heute nichts gegossen. Hast du noch nichts gegossen? Hm. Hm. Okay. Was denn? Ähm. Cool. Ähm. Wäre das auch schon erledigt erscheint. Was denn? Bei John. Also ich sollte mit jemanden reden und hab irgendwie einen Deal mit dem. Ich bin mit John abgeschlossen. Er hat mir Geld gegeben für Kopperohre, vier Stück. So. Pack ich mal das Holz wieder zurück. Ich seh schon, Schatzi räumt hier auf. Mach ich. Schatzi mistet aus. Was ist denn die Gießkanne? Äh, steht draußen in der letzten Kiste. In der letzten Kiste? In der letzten Kiste, ja. Hä? Lehen sie auf? Hä? Na, hier in der Reihe die letzte Kiste. Achso. Hä? Da sehe ich noch Schaufeln. Und eine Angel. Jetzt. Jetzt. Okay. Aha. Da! Die gute Gießkanne. Ah. Aua. So. Ah. So. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich tot. Ei, Karamba. Ich wollte auch nur gießen. Ich wollte auch nur Blümchen gießen. Ich wollte doch nur unser Feld gießen. Hier sind großen Blumen da oben hier. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich kann jetzt schon bei Omi die Dings kaufen. Die Mining-Lizenz zum Mine für John. Das Deep-Lock-Dings da? Ich kann ja mal gucken. Nicht, dass ich mich verguckt habe. Ich glaube, kaufen kann ich auch schon. Also jetzt gerade erst, also seit kurzem. Seit kurzem. Aber John hat ja heute zu. Das ist korrekt. Das ist doch... Lauf. Ja. Soße denn. Yeah. Jetzt brauche ich nur noch 25.000, um diesen komischen Stein kaufen zu können. Oder wie? Oder sehe ich das richtig? Da siehst du das richtig? Oder sehe ich das falsch? So. So wird ein Schuh draus. Ich glaube auch. Oh. Äh. Achso, ich habe noch Knochen hier. Das ist doch... Das ist doch vom Tier. Das ist doch vom Tier. Hm, das ist vom Tier. Das ist ein Tierknochen. Mhm. So. Plupp. Götz. Koko Miet. Hallo. Füß. Füß, schwimm nicht weg. Hm. Dieser Fisch ist doof. Echt? Ja. Hm. Hallo Füße. Was seid ihr denn? Da schwimmt einer. Direkt vor seine Nase. Köder reinge... äh Fisch... Dings. Komm her. Sei nicht so schüchtern. Ich tu dir nix. Ich will die doch nur ins Museum bringen. Ich glaube er möchte das nicht. Ich glaube auch. Hm. Fische sind komisch. Jedenfalls. Plupp. Komm Fischi, 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 komm. Ach. Nein. Ein braber Fischi. Oh. Jetzt muss ich hier angeln. Wir angeln schon den ganzen Tag. Na, das stimmt. Ach. Und meine Angel ist auch gleich kaputt. Und mein Weckerchen hat geklingelt. Hm. Das heißt, die Folge ist wieder vorbei. Hm. Hm. Joa. Und somit, mein Schatz? Ja. 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 Kommentieren, abonnieren und... Ähm, Glocke. Und so. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.